Yes, here we go. Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer brandneuen Markenrebell-Podcast-Folge. Mein Name ist Norman Müller und wir haben heute wieder eine Q&A-Session vor uns, denn Andreas hat uns seine zweite Frage geschickt. Ich freue mich sehr, dass Andreas so aktiv ist wie viele andere auch und ihre Voice-Message mir per WhatsApp schickt, sodass er hier mitgestalten kann, den Podcast quasi nutzt, um von mir eine andere Perspektive zu bekommen, ein paar Impulse zu bekommen, aber auch sich mit der Community auszutauschen. Wenn ihr Lust habt, da mitzumachen, dann gerne über unsere Website markenrebell.de. Rechts unten findet ihr einen WhatsApp-Button, da draufklicken, den ganzen Mut zusammennehmen und wir eure Voice schicken, gerne euren Namen, eure Company, euer neu geschriebenes Buch, euren Online-Kurs, so einen kleinen Werbespot mit einbauen und dann natürlich eure Frage stellen. Wir blenden das Ganze hier in der Audiospur ein, schneiden also eure Voice-Message hier mit in diesem Podcast und ich abantworte den natürlich auch, so wie wir das gleich mit der Frage von Andreas machen. Eins noch vorneweg, wenn ihr auf die Website geht, markenrebell.de, haben wir in den letzten Tagen tüchtig gearbeitet und zwar, um euch einfach auch ein neues Nutzungs- und auch Hörererlebnis zu bieten, haben wir das Ganze umgebaut, sodass ihr gleich auf der Startseite in quasi so eine Plattform, so eine Magazin-artige Plattform kommt und dort nochmal Inspiration bekommt von Folgen, die schon auch etwas länger zurückliegen. Nichtsdestotrotz super und brandaktuell sind. Also da einfach nochmal reinschauen, euch ein bisschen inspirieren lassen. Wir haben uns gedacht, bei 700 Folgen müssen wir uns ein bisschen was anderes einfallen lassen. Da ist so ein normaler Newsfeed jetzt auch nicht so wirklich ideal und deswegen das Layout in den Änderungen. Hört ihr die Vögel? Ich habe extra das Fenster aufgemacht, damit ihr das hier im Podcast mitkriegen könnt, dass der Frühling sich ankündigt, übrigens meine Lieblingsjahreszeit. Also der Winter geht dann von dannen, die Natur blüht auf und die Vögel zwitschern hier. Ja, jetzt ist er ruhig. Okay, ich will euch jetzt gar nicht länger auf die Folgen spannen. Ich freue mich sehr, wenn ihr die Website besucht und mir gerne euer Feedback schickt. Könnt ihr auch gerne per WhatsApp machen. Da freue ich mich sehr drüber, um einfach zu wissen, was euch vielleicht noch fehlt, ob ihr Ideen habt, Anregungen habt und so weiter. Wir würden das gerne weiter ausbauen und das wirklich auch für euch irgendwie wertvoll gestalten. Völlig klar. So, jetzt spielen wir die Frage von Andreas ein. Dann machen wir eine kurze, rockige Pause, Unterbrechung und dann geht's los hier. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Servus, lieber Norman, grüß dich. Andreas Giermeier von Lernen der Zukunft spricht nochmal. Ich danke dir erstmal für die Beantwortung meiner ersten Frage und habe auch noch eine mindestens so wichtige Frage hinterher. Wie du ja gesagt hast, habe ich das Glück gehabt, lange Jahre mit Vera F. Birkinmil persönlich zu arbeiten. Und sie war ja auch in den verschiedensten Themen unterwegs und das ist beispielsweise die Gehirnforschung, andererseits aber auch Business Training oder auch Themen, die das Lernen betreffen, die Lernpsychologie und auch die Glücksforschung und die ganzen Glücksthemen, die dranhängen. Und wie du ja hörst, es ist eine ziemliche Breite an Themen und da stelle ich mir jetzt eben die Frage, ich würde behaupten, in einigen habe ich tatsächlich auch inhaltlich einiges an Tiefe. Die Frage, die ich mir jetzt stelle, für wen biete ich das an und womit kann ich den meisten Wert bringen? Mit dem natürlich Hintergedanken auch, wie kann ich den meisten Wert erzeugen im Sinne von, dass ich auch ein Einkommen daraus generiere, von dem ich auch gut leben kann davon. Und da eben für mich jetzt aktuell die Frage, wenn ich dann beispielsweise einen Podcast starte, richte ich das dann aus auf, das können die ausrichten, auf Familien, die einfach sich ein Familienleben glücklicher gestalten wollen, besser ihre Gehirne nutzen wollen, vom Gehirnbesitzer zum Gehirnbenutzer. Ich könnte es aber genauso auch für Business ausrichten, wo es dann um irgendwelche gehirngerechten Führungsziele geht. Also du verstehst, was ich meine. Meine Themen geben sehr, sehr viel her und sind ziemlich breit. Und ich stelle mir jetzt die Frage, was ist wirklich das, womit ich den meisten Wert bewirken kann? Ich will ja auch die Welt verändern, ich will ja auch die Welt verbessern. Auch ich möchte einen Mindshift bewirken, deswegen liebe ich ja dich und die Katharina auch so sehr. Ich grüße mich auch lieb und auch alle zu Hause, die jetzt dazuhören. Ich hoffe, Ihnen gefällt auch, was ich mache und Sie sind auch am richtigen Weg. Alles, alles Liebe, herzlichen Dank und ich freue mich auf deine Antwort. Dankeschön. Der Markenrebell-Podcast Spannende Interviews, wertvolle Strategien Und provokante Botschaften für Führungskräfte und Unternehmer Stell dich den Herausforderungen der Digitalisierung und setze als Marke ein Zeichen Von und mit Markenrebell Norman Müller Vielen Dank, Andreas. Eine tolle Frage, denn ich finde es extrem wichtig, sich zu fokussieren. Und damit nehme ich schon ein bisschen was vorne weg, denn wie ist es so oft im Leben? Wir arbeiten uns irgendwie in ein Thema rein, sind mit voller Leidenschaft dabei und was passiert? Wir häufen unfassbar viel Wissen an, weil wir uns einfach jeden Tag damit beschäftigen und diese Experten-Schubladen auf und zu machen, auf und zu machen. Und das ist natürlich wie ein Muskel, der da trainiert wird. Wir schaffen ein Wissensnetz in unserem Kopf, wie Vera F. Birkenbiel immer so schön sagt. Und ich zitiere sie an dieser Stelle natürlich bewusst, weil Andreas sehr eng mit ihr zusammengearbeitet hat. Sie verweilt ja leider nicht mehr unter uns. Und wir assoziieren damit immer neuen Content, immer neuen Content und werden dazu oder dadurch natürlich zu einem Experten oder zu einer Expertin. Und jetzt passiert Folgendes. Jetzt versuche ich eine Company aufzubauen oder ich versuche eine Marke zu bauen. Und jetzt habe ich einfach durch diese unfassbare Vielfalt das Problem, wie komme ich auf meinen Fokus? Und ich möchte euch einfach mal mitnehmen, ein Bild, was das Ganze wunderbar beschreibt. Stellt euch vor, ihr seid fünf Jahre alt und ihr geht in so einen Spielzeugladen, so ewig groß und prunkvoll in Amerika, in New York. Also allein das Schaufenster, da kannst du eine Woche davor stehen bleiben und entdeckst immer wieder was Neues. Und dann geht dieses fünfjährige Mädchen oder diese fünfjährige Bub, der ihr seid, einfach mal in den Laden rein. Und diese ganzen Details und diese ganzen Dinge, die ihr da seht, es ist eine Reizüberflutung auf sämtlichen Sinnesebenen. Ja, das riecht natürlich anders, das sieht alles anders aus. Und ihr entdeckt dort was und die Augen werden immer größer. Ihr seid überhaupt nicht ansprechbar. Ihr seid wie paralysiert in eurem neuen Kosmos unterwegs. Und so kann man sich das ungefähr vorstellen, dass wenn man sich reingearbeitet hat in ein bestimmtes Thema, dass man natürlich ein unfassbares Wissensnetz, ein unfassbares Verknüpfen von Nervenbahnen und assoziativen Themen und Wissensgebieten, dass es eigentlich fast unmöglich ist, allein dort wieder den Fokus hinzukriegen, aus diesem Laden rauszugehen und das rauszupicken, was den größten Wert oder Nutzen hat. Für potenzielle Kunden. Und das ist genau das, was Andreas gerade schreibt oder gesagt hat, dass genau das das Thema ist, wie setze ich diesen Fokus, wie schaffe ich es, da eine Alleinstellung hinzukriegen für meine Marke oder für mein Business, was ich aufbauen möchte. Was hat er zum Ziel? Er möchte natürlich mit seiner Leidenschaft, mit dem, was er da gerne macht, natürlich ein Business aufbauen. Er will natürlich davon leben. Warum? Um das, was er an Wert geschaffen hat, noch wertvoller zu machen für seine Kunden. Und mir fiel da ein Zitat auf, das habe ich mir sofort aufgeschrieben, ein Zitat ein. Den größten Wert bietest du nicht mit Produkten, sondern mit ganzem Herzen und in vollster Leidenschaft oder voller Leidenschaft. Das habe ich vorhin entwickelt, entworfen, als ich die Audionachricht von Andreas gehört habe. Ich lese nochmal vor. Den größten Wert bietest du nicht mit Produkten, sondern mit ganzem Herzen und in voller Leidenschaft. Was möchte ich damit sagen? Ich möchte damit sagen, dass wir nicht dahin gehen müssen und sagen müssen, biete ich jetzt mein ganzes Know-how an für Familien oder für Unternehmer, sondern ich muss mir die Frage stellen, wer wäre denn mein Wunschkunde? Wer würde bei mir zu Hause oder im Büro mir gegenüber sitzen und ich würde mich total auf diesen Termin freuen? Ist das eine Familie, die ich befähige oder unterstütze? Ist das ein Startup-Gründer oder eine Gründerin, die ich gerne unterstützen möchte? Oder ist das ein fest etablierter Unternehmer, Unternehmerin eines Großkonzerns? Dann muss ich mir einfach die Frage stellen, welche Person, und deswegen sprechen wir immer von Zielgruppen-Avatar, welche Person würde so viel in mir auslösen an Emotionen, dass ich in mir das Gefühl habe oder den dringenden Wunsch habe, dieser Person wirklich helfen zu wollen? Und das ist das genialste Business auf dieser Welt, wenn du für und mit Menschen arbeiten kannst, die diesem Ideal weitestgehend entsprechen. Also die eine Wertestruktur, eine Wertematrix abbilden, die sich weitestgehend mit der von dir deckt. Das ist im Grunde das ganze Geheimnis. Weil dann erübrigt sich die ganze Fragerei nach Alleinstellung und wie kann ich hier einen Fokus setzen und wie kann ich hier eine Differenzierungsstrategie in meiner Marke entwickeln? Von ganz allein, denn es ist ein Unterschied, ob ich eine Familie anspreche oder einen über Jahrzehnte etablierten Unternehmer oder Unternehmerin. Das ist ein Unterschied. Und dann richtet sich allein schon mein ganzes Angebot und meine ganze Werthaltigkeit entsprechend diesem Zielgruppen-Avatar aus. Aber diese Arbeit, diesen Prozess, und ja, er ist ein bisschen trocken, aber wichtig, den muss ich führen. Ich muss mich hinsetzen und muss darüber nachdenken. Und vielleicht eine Geschichte, die euch helfen wird. Ich hatte es auch schon mal in einem Podcast gesagt. Jetzt sind es natürlich einige Folgen, die schon gelaufen sind. Deswegen sage ich es hier nochmal ganz kurz. Eine schöne Übung. Stellt euch vor, ihr seid in so einer riesigen Eingangshalle. Und ihr kennt doch von Raumschiff Enterprise dieses Beamen. Und in dieser Eingangshalle, da ist so ein Kamin an der Seite, riesig große, hohe Decken. Und dann werden so Leute reingebeamt, nämlich 50 an der Zahl. 50 Leute, die ihr euch gerade noch so vorstellen könnt. Also so eine halbe Busladung an Leuten, die ihr gern habt, die ihr mögt, die ihr kennengelernt habt, wo ihr gesagt habt, hey, würde mal einen Kaffee trinken gehen. Ja, also einfach alle Leute, die euch einfallen. Freunde, Familie. So, und diese 50 Leute sind in diesem Raum. Versucht euch da wirklich auch Zeit zu nehmen und in einem ruhigen Moment dem Ganzen auch den Zeitraum zu geben. Das ist wichtig, das vorzustellen. So, und wenn ihr damit soweit klar seid, wenn ihr so ein einigermaßen scharfes Bild vor eurem inneren Auge habt von diesen 50 Personen, dann geht ihr in einen Nebenraum und der ist deutlich, deutlich kleiner. In den passen nur sieben Personen rein. Und diese sieben Personen sind die, die euch folgen, wenn du dich jetzt imaginär umdrehst. Du wendest also den Rücken dieser Halle mit diesen 50 Menschen zu und gehst in diesen anderen Raum. Und in diesem anderen Raum folgen dir dann sieben Personen. Sieben Personen, die dir ganz besonders am Herzen liegen, die rausstechen, die Leuchttürme quasi sind in diesem Personenkreis von 50 Leuten. Diese sieben Leute, die dir dann folgen, die sind spannend, denn die analysierst du. Die haben einen ganz konkreten Namen, weil du dich genau an sie erinnerst. Die haben ganz konkrete Werte und Moralvorstellungen, die sich mit deinem weitestgehend decken oder die du bewunderst. Und das schreibst du alles auf. Und aus diesen sieben Leuten entwickelst du deinen Zielgruppen-Avatar. Kannst dir vorstellen, wenn dir Leute folgen, die knallharte Unternehmer sind, seit vielen Jahren im Geschäft, super erfahrene Mentoren, wertschätzend, achtsam, bam. Dann sind das die sieben Leute oder Teile dieser oder ein paar von diesen sieben Leuten, die dir in diesem anderen Raum gefolgt sind. Und dann weißt du auch, okay, die lieben mir offenbar am Herzen. Ich möchte den Leuten helfen. Und dann sind das die Leute, an die du dein Angebot adressierst. Sind es aber eher Familien oder Startups oder was auch immer für Menschen, die dir da folgen, dann ist vielleicht eher das deine Zielgruppe. Und das herauszufinden, das ist jetzt nur eine Methode, die ich gerade genannt habe, um einfach mal diese Reduktionstechnik anzuwenden. Einfach mal zu sagen, okay, ich kenne ganz viele in meinem Netzwerk, aber wer sind die, die mir wirklich wichtig sind und für die ich morgens gerne aus dem Bett springe und sage, für die würde ich gerne arbeiten. Und dann schau dir an und dann braucht man das im Grunde nur nebeneinander legen, nämlich einmal diesen Zielgruppen-Avatar, diese sieben Personen, die Essenz quasi aus diesem ganzen, aus dieser ganzen riesen Eingangs-Lobby, daneben gestellt dein Geschäftsmodell, das, was du anbieten kannst, das, was du an Assets vorweisen kannst und was diesen Menschen oder für diese Menschen einen besonderen Wert darstellt. Eine kurze Unterbrechung an dieser Stelle in eigener Sache und ich freue mich wirklich riesig, denn ab sofort kannst du dich in die Personal Branding Masterclass einschreiben. Diese Masterclass richtet sich ganz speziell an Unternehmer und Unternehmerinnen, die sich eine Eigenmarke, also eine Personal Brand aufbauen und mit einem residualen Einkommen, viele sagen auch passiven Einkommen, ihr Business skalieren wollen. Ich habe ein 9-Wochen-Programm entwickelt. In diesen 9 Wochen gehe ich jedem einzelnen Teilnehmer einmal die Woche so richtig auf die Nerven. Das heißt, es wird Einzel-Mentorings mit mir geben. Wir werden Live-Webinare zum Thema Podcasting haben, beispielsweise wir werden Arbeitsunterlagen und Checklisten haben, Ratgeber als E-Books. Es wird eine VIP-Facebook-Gruppe geben. Es gibt ein oder mehrere Masterclass-Online-Meetings. Bei mir ist einfach wichtig, dass die Leute, die in der Masterclass drin sind, quasi eine Peergroup bilden und dass ihr euch untereinander helfen könnt. Das ist extrem wichtig für uns Unternehmer, dass wir so eine Gemeinschaft haben, in der wir wachsen können. Wenn euch das Thema interessiert, geht bitte ins Internet unter markenrebell.de slash personal minus branding minus masterclass. Den Link findet ihr natürlich auch wie gewohnt in den Shownotes zu dieser Podcast-Folge. Und jetzt geht es weiter hier. Viel Spaß. Und daraus formt sich dann, es ist jetzt ein bisschen schwierig in einer Podcast-Folge, da so einen kompletten Strategie-Workshop reinzuquetschen. Aber aus dieser Kombination merkst du ganz, ganz schnell, dass du sagst, okay, hey, ich möchte für Menschen arbeiten, die genau diese Berufsrichtung haben oder diese Perspektive vor sich haben. Ich möchte genau für diese Menschen arbeiten, die genau für diese Werte stehen, für die ich auch stehe, die mir ganz nah am Herzen sind. Und deswegen auch das Zitat, ich lese nochmal vor, den größten Wert bittest du nicht mit Produkten, sondern mit ganzem Herzen und in voller Leidenschaft. Diese Leute werden von dir richtig wertvolle Produkte bekommen. Ich muss mir das Ding leiser machen. Werden von dir richtig wertvolle Produkte bekommen. Warum? Weil du mit ganzer Leidenschaft und mit vollem Herzen dabei bist. Oder mit ganzem Herzen und voller Leidenschaft dabei bist. Das ist extrem wichtig, weil sonst verlierst du irgendwann die Lust, wenn du hergehst und sagst, ich mache das jetzt nur für Unternehmer und Unternehmerinnen, die fest etabliert im Markt sind. Naja, dann machst du das wahrscheinlich aus Geldgründen, weil du Geld verdienen möchtest. Wahrscheinlich ist der Preis, den so ein Unternehmer bezahlt, ein anderer als eine Familie. Aber du wirst niemals mit Herz und Leidenschaft dabei sein. Und das ist das große Problem, wenn ich mein Angebot gewinnmaximierend ausrichte und nicht nutzenorientiert und neben Nutzenorientierung auch bedenkst, was würde dich reizen? Was wäre eine interessante Zielgruppe, die dich inspiriert, von der du vielleicht auch lernen kannst? Also so eine Win-Win-Situation ist immer wichtiger oder ist immer viel interessanter, hat immer mehr mit Wachstum zu tun, als wenn es nur so ein einseitiges Ding ist. Du kannst auch von deinen Kunden lernen. Das ist ganz spannend. Also dann ist das auch eine ganz wertvolle Verbindung, die ihr beide eingehen könnt. Und Menschen wollen gebraucht werden. Sie möchten natürlich auch irgendwas mitbringen für dich, außer Geld. Und dann ist das natürlich eine ganz besondere Beziehung, die sich da zwischen euch herstellen lässt. Also nochmal zurück zum Fokus, zurück zu meinem ursprünglichen Bild, diesem Spielzeugladen, diesem fünfjährigen Kind, was dort in diesem Laden, also eigentlich diese Reizüberflutung aushalten muss. Muss in Anführungsstrichen. Ist natürlich super schön für so ein Kind. Es verliert sich förmlich. Also versucht euch da ein bisschen emotional auch reinzudenken, wie das so wäre, wenn, ja, da steht so eine Feuerwehr oder so eine tolle Puppe und so weiter. Und versucht euch daran zu erinnern, dass es wichtig ist, wieder rauszugehen aus dem Laden. Sucht euch irgendwo Hilfe von Leuten, Mentoren oder Coaches, die euch einfach helfen, diesen Laden von außen betrachten zu können. Vielleicht gelingt es euch auch so von allein. Aber überlegt euch, für wen möchtet ihr euren Content produzieren, eure Produkte kreieren? Für wen soll das Ganze sein und für wen ist das wertstiftend? Und dann geht erneut in diesen Spielzeugladen rein und ihr werdet merken, dass verschiedene Spielzeuge weggefallen sind, weil ihr einen ganz anderen Fokus habt. Weil auf einmal jemand ganz anders den Laden betritt. Nicht mehr das fünfjährige Kind, sondern ein ganz anderer Avatar. Euer Zielgruppen-Avatar. Und dann passt halt irgendwie die Feuerwehr nicht mehr und auch die Puppe nicht mehr. Sondern dann muss da ein anderes Angebot rein, damit überhaupt jemand das als wertvoll erachtet, geschweige denn Geld dafür ausgibt. So, und diesen Prozess würde ich euch wirklich dringend ans Herz legen, immer sehr intensiv auch immer wieder zu führen. Die Zielgruppe wird älter, die Zielgruppe verändert sich, die Gewohnheiten der Zielgruppe verändern sich, das Kommunikationsverhalten der Zielgruppe verändert sich. Es ist also nicht nur wichtig, am Anfang der Gründung eines Unternehmens darüber nachzudenken, sondern ständig zu überprüfen, bin ich noch ausgerichtet und meiner Zielgruppe entsprechend fokussiert. Wenn ich das nicht bin, muss ich das überprüfen, muss ich überprüfen, ist der Zielgruppen-Avatar noch aktuell, hat er sich verändert und ist mein Angebot immer noch aktuell. Immer wieder sehe ich in Unternehmen Angebote, die für Zielgruppen entwickelt wurden vor zehn Jahren. Unfassbar. Also dieser ganze Prozess der Produktentwicklung muss sich natürlich auch an die Gegebenheiten im Markt anpassen. Und wenn ich digital kommunizierende Kunden habe, dann kann ich mich nicht auf ein analoges Business konzentrieren beispielsweise. Also da einfach mal ein dringender Rat, immer mal wieder so den hauseigenen TÜV machen, vielleicht so einen externen Consultant mit reinnehmen und der einfach mit drauf schaut oder einen Mentor, der mit drauf schaut oder einen Aufsichtsrat bitten, dass man dort in einem Workshop nochmal so einen Kreativprozess macht und sagt, okay, habe ich irgendwie so ein Updriften zwischen Zielgruppen-Avatar oder Kernzielgruppe und dem, was wir an Produkten entwickelt haben. Leider wird dieser Strategieprozess nicht oft genug, also einmal im Jahr würde ich den empfehlen, aber nicht oft genug in den Unternehmen überhaupt so ganz bewusst geführt, sondern es wird an Produkten entwickelt und es werden einfach Produkte entwickelt, die unter Umständen einfach vorbei am Markt oder am Bedarf sind, weil diese Strategie eben fehlt und man glaubt zu wissen, was die Kunden und die Zielgruppe möchte. Also da einfach nochmal in das eigene Unternehmen schauen oder wenn ihr am Gründen seid, da euch einfach auch diesen Zeitraum zu geben, diesen Zielgruppen-Avatar zu entdecken. Ja, Entdecken ist eigentlich richtig geworden. Zu entdecken, weil das auch mit dem eigenen Entdecken, also mit dem in sich hineinschauen und sagen, hey, für wen will ich das eigentlich machen? Und ich meine da wirklich volle Motivation. Ich meine damit volles morgens 5 Uhr aus dem Bett rausspringen, um für eure Zielgruppe da zu sein. Nur dann schafft ihr ein Markenerlebnis und wir alle wissen, das, was hängen bleibt, wisst ihr aus eurer Partnerschaft, das, was hängen bleibt, sind Erlebnisse. Nicht leere Versprechen, nicht irgendwelches schickes Design oder sonst irgendwas. So, frag mal euren Partner, was er gestern anhatte oder was du gestern anhattest. Also das ist die Verpackung, erinnert sich kein Mensch dran, aber frag mal nach dem letzten Urlaub. Also wir brauchen Erlebnisse. Klar, Design, Verpackung kann auch ein Erlebnis sein, da musst du dir richtig Mühe geben. Das kann natürlich auch sehr nachhaltig sein. Aber im Wesentlichen wollen wir Erlebnisse kreieren. Also wenn du deine Verpackung, deine Klamotte mit einem Erlebnis kombinierst, dann wird man sich auch eher daran erinnern. Aber wir brauchen diese Erlebnisse und dafür ist es wichtig zu überlegen, für wen kreieren wir das Ganze. Und nochmal, weil es mir einfach wichtig ist, es geht nicht nur ums Geld verdienen. Es geht im Wesentlichen darum, für wen möchte ich ein wertvolles Angebot oder ein wertvolles Produkt machen. Für wen möchte ich wertvollen Content produzieren. Dann habt ihr einfach den langfristig größten Spaß und die größte Freude einfach auch. Und ihr bekommt das genialste Feedback dieser Welt und ihr baut euch eine wunderbare Community auf, weil die Leute einfach merken, wie sehr ihr mit Herz und Leidenschaft dabei seid. In diesem Sinne, Andreas, vielen Dank für deine Frage, gerne mehr. Wünsche ich euch nur das Beste und schickt mir eure Voice per WhatsApp. Habt den Mut und macht mit hier im Podcast. Also nur das Beste für euch. Bis bald. Bleibt rebellisch. Ciao.